moin moin und herzlich willkommen und haudi aus Tallahassee jawoll wir sind frisch fromm fröhlich dabei hier und so ein bisschen vorzuvorstellen kommt noch die polizei mitschicken und ja ich habe ja gesagt wir machen das ganze hier einfach stationsübergreifend und wir sollten vielleicht die polizei immer noch dann los schicken können wir sie auch benötigen dann können wir die einsätze abarbeiten so auch noch eine au für die polizei und dann sieht das schon mal ganz schnell aus was auf das geld jetzt geht es auch ein bisschen und mir ist aufgefallen hier wirst du beschissen für die coins hier hätten wir nämlich tatsächlich 10 coins bekommen müssen du startest mit 10 coins kriegst hier 10 coins oder wir kriegen jetzt hier für den senior weiter gleich demnächst ich weiß nicht ich weiß nicht wurden wir beschissen um 10 coins für die so durch wenn ich bin viel bock nicht durch never so hätten wir jetzt 24 coins aber gut nützt nix nützt nix nützt alles nix ist das schön und ist das herrlich dann müssen wir als nächstes gucken dass wir 50.000 anderen kriegen und dass wir uns dann die nächste feuerwehr holen also die hatte sich feuerwache drei oder so und weiß nicht was er hier ist als nächstes in frage kommt muss man gucken ich habe jetzt auch leider die seite zu auf jeden fall weiß ich dass man hier eine ganze ganze menge machen wir werden die state university also zweimal oder zwei große gelände der state university einkaufsmeile dann haben wir hier ein knast gedöns weiß der geier was das für ein knast ist federal correctional injunction institution tennessee also keine ahnung also staatsgefängnis oder irgendwie so was highway patrol also die also in 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 ding sagst du schon in ob jetzt fällt mir fällt mir jetzt tatsächlich den namen nicht ein wo liegt los angeles noch mal in welchem bundesstaat bitte ich habe ich habe es vor also ernsthaft californien genau californien in californien würde die highway patrol chips heißen ich mag das ja hier in telahessi florida also florida weiß gar nicht wie können wir wie können wir das so wunderbar abkürzen wo waren die denn die waren hier unten irgendwo kroner bewegt sich kroner bewegt sich kroner bewegt sich auf dem mal hier haben wir uns genau und hier ist die dinge das wäre dann ja gut das lässt sich blöd abkürzen aber das ist doch kein highway das ist doch hier oder haben die keine autobahn in dem sinne das sieht doch eher so wie ein freeway aus ich meine autobahn geht auch nicht so durch die stadt das ist eine autobahn das ist eine interstate genau das ist eine autobahn ja ja so sieht das schon so ist das schon eine ganz andere geschichte das ist eine autobahn jawohl so wie man es kennt ein farm airport okay das ist interessant äußerst interessant so ich habe jetzt gerade gelesen matchbox auto unter feuer kommt ihr seid um die ecke fahrbar gleich mal hin und was brauchen wir dann hier ja wenn ihr dann mit dem anderen fertig seid dann ist das in ordnung jawohl jawohl ja komm 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 so habe ich jetzt gekriegt habe ich jetzt gekriegt jawohl so dann können wir hier holen wir uns hier noch ein weiteres fahrzeug und zwar ein typ 1 das ist in ordnung und dann bist du das ist in ordnung und dann gehen wir hier rein in die ausbildung und wir arbeiten den hier so bitteschön dann sind die nämlich auch schon ein bisschen schlagkräftiger dann lassen wir die mir auch nur noch im päckchen fahren und dann sieht das ganz gut aus wir haben ja Zeit ne das ist ja heute nicht so das Ding wunderbar also so gefällt mir das muss ich zugeben so merke ich das schön genüsslich ganz in Ruhe ich habe nichts mehr zu trinken das gefällt mir wiederum nicht so da ist irgendwas wieder fertig geworden seid ihr hier um die Ecke das nimmt sich wohl nix das nimmt sich wohl nix das nimmt sich wohl nix da fahrt ihr mal ganz ordentlich hier hin und los geht's los geht die wilde Luzi ja ich weiß gar nicht wie sieht das überhaupt aus wie teuer ist denn was kostet denn wir haben uns 34 tatsache ja stimmt 34 coins ja die haben wir auch nicht die hätten wir wenn wir denn die anderen noch hätten ne also ja real 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 lincoln center ich weiß nicht also ich muss ganz ehrlich sagen ich finde die Namen in den USA irgendwie geiler lincoln center jetzt stellt euch mal vor merkel center oder lee park ähm wie wird das heißen Schröderpark griffin middle school mhm greif mittelschule wobei das wäre wieder witzig john g reilly elementary also elementar äh ok das muss man irgendwie alles nicht so ganz verstehen hier fahrt da hin los geht's was hast du carbonmonoxid alarm wieso haben wir solche geilen einsätze nicht wo uns in deutschland entschuldigung hab die tasse wieder nicht schnell genug gefunden oh junge 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 oah kennt ihr das wenn es einmal durch den ganzen körper so uah 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 oah ok lake ella plaza also seelah plaza ist das das ist der seelah body piercing bei pink muss ich das jetzt als werbung deklariert sind das öffentliche brunnen? das wäre natürlich cool muss ich ganz ehrlich sagen das haut nicht ganz hin wir haben nur vier feuerwehrfahrzeuge und einen schreibenwagen definitiv das haut nicht hin das haut mal so ganz und gar nicht hin was bist du denn? das ist ein laufgedöns oder sowas footballstadion hat die auch ein baseballstadion? bestimmt ne? hier haben sie genug baseballfelder baseballstadion haben die auch unter garantie ich würde mal sagen die haben zwei footballstadien das sieht mir so nach größerem aus so NHL niveau und das wird wahrscheinlich so university football sein wir haben hier kein baseballstadion haben die hier nichts also spielen die nicht in der ähm ist das major ball league? weiß ich nicht auf jeden fall haben die echt oh 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 hier haben auch noch ein knast leon county jail leon county sheriff okay okay dann müssen wir welchen wir als nächstes bauen äh naja wahrscheinlich jetzt nicht also noch nicht noch so weit weg aber sheriff den müssen wir auf jeden fall bauen das sieht nicht so aus als wenn die hier irgendwie so ein professionelles baseballstadion haben hätte ich jetzt nicht gedacht aber zweifelfuß footballstadion was bist du denn? north florida fairgrounds jean cox stadion okay fairview middle school hat auf jeden fall alles so ein bisschen was bond elementary school florida florida und mechanical eine agrar-universität okay cool interessant ja wir sind aber schon wieder am ende sich dazu der augenwinkel kommt hier den können wir noch mal eben anschmeißen den uns fehlt ein zweiter zug ich weiß und dritter zug ich weiß ich weiß der wird uns auch immer fehlen Joach wie immer soll, wir hören uns an den Mond in der nächsten Folge, bis dahin Tschüss Tschüss